Ja, das war's jetzt von den Informationen von meiner Seite. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich gerne zu mir kommen. Ich stehe noch ein paar Minuten zur Verfügung. Ansonsten geht es um 2.15 Uhr mit einer Information beim afrikanischen Elefanten. Und um 15.30 Uhr findet noch einmal die Raumphidomen statt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.